ist das jetzt und warum letzten sonntag nichts gehört ja warum letzten sonntag nichts gehört patrick hat deswegen vom morgenroth kein video gemacht weil das nicht so schön aussah weil das scheiße aussah das morgenroth war nicht so schön gewesen bei ihm weil das scheiße wasser sie hat auch kein video gemacht der von den sonnenaufgang video gemacht ja der hat mehr glück ich weiß auch nicht jetzt irgendwie eine gabe mit dem himmel bei uns ja sicher alles einfach das akzeptiere ich ja auch dieser wind derft hast du diesen wehnt die glocken werden auch mit hammer geschlagen mit hammer auch hin und her ja aber hammer ja 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 guckte körper kann man einer von euch bitte helfen und zwar ich wollte wissen ob das sahara sandstaubwolken sind es hier ja oder nein jetzt so dass er wolken ja oder nein Amen. Amen. Hallo, hallo, du machst schöne Geräusche, hallo, hallo, nein Kree, lass den Vogel in Ruhe, lass es bitte, da werde ich richtig wütend, wenn du den Vogel antust. Ich warne dich. Was komme ich gleich nach Krähe? Nein, da ist ein Eichel hier im Baum, die Krähe will den angreifen. Ich bin nicht aufwählen. Ich sehe nur die scheiß Krähe, will ich aber nicht, wo ist der Eichel hier jetzt? Das ist die Kamera und scharf. Ach Gott ey. Nein, 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 bleib da wo du bist. Nee, es ist wützig, lass es bitte. Oh, jetzt geht die Werte hoch, ich dreh durch. Da bist du ein Eichel hier, nein, nein, Mama, ist nicht egal. Krähe. Ich warne. Oh, das ist, weißt du. Krähe. Ja, es ist die beiden Eichel hier, toll. Nein, nein, das war, das ist eine Krähe. Was ist das andere? Ups, sorry, das waren zwei Krähen, Entschuldigung, Mama, das waren keine Eichel hier. Krähe. Das war ein Creme Pärchen. Ja, ich habe dies gemacht, ich habe dies gemacht, ich habe dies gemacht. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020